Hey ihr Lieben, hier sind sie da Vanessa und Marc. Und jetzt noch ein kleines Sixpack workout. Ihr braucht eine Matte unter euch selber. Und dann legt man direkt los. Ungefähr. So lange bis Vanessa nicht mehr kann. Dann wäre das ein kurzes Mal kurz. Rücklage. Wiese aufgestellten. Hoh. 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 H Natürlich! Natürlich! Ach, was? Geht doch, ne? Geht doch! Erste Minute hast du geschafft. Ja. Wollt ihr auch langsam machen, ne? Ja. Aber in die Mitte. Zieh uns. Hopp. 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 Du hast ja schon zu sehen, dass du es rausgemacht hast, dass du dich nicht gesehen hast. Ey! Aber jetzt mische ich euch das aus, wenn du zu guckst. Und noch nicht mal hoch. Ja. Ja. Loppy lasse Hände nach. Quatscho. Quatschi. Ho. Chi. Ho. Chi. Halschen wieder oben. Hier. Arme nach außen. Rechte Hand. Rechte Hand. Rechte Flasche. Segal in die Mitte. Beziehungsweise in die Richtung. Knöckchen. Der Bauch brennt schon, oder? Ja. Bei euch sieht es aus. Ja. Kannst du dich einfach von noch so dichtes in die Mitte hier her? Ja. Oh. 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 Hup, oben halt, jetzt kommt Vanessa, ihre absoluten Siebenziehung, ziehen uns den Sitz nach oben. Für die, die das Leichte wollen, orientiert sich bei Vanessa. Hände hinten abstützen, Beine lang, oder Arme noch gelassen, dann ziehen wir hier hoch und kommen wieder tief. Ausatmen hoch, einatmen tief, Beine setzt natürlich nicht ab. Ausatmen hoch, einatmen tief. Und wenn es euch zu leicht ist, Arme hoch, oben halten. Ja, wird gut schwer, Vanessa, ja? Ja. Malheben nochmal die Arme. Genau. Zwei, zack, eins. Wir drehen uns um, Bauchlage, letzte entspannte, ruhige, gute Hebbung. Und dann die Schulter. Knie könnt ihr unten lassen. Hüfte ist oben. Wir gehen in den Unarmstütz. Wer versteckt, kann auch die Knie nach oben nehmen. Wir ziehen den Bauch hoch, Bauch schön fest machen. Jetzt geht es ein Stückchen nach oben, dann schön halten. Hüfte ist schön um, wir halten schön durch. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das. Bauch schön in die Spannung ziehen, hier schön halten. Ihr könnt natürlich auch einen Arm hochziehen, sonst halten wir noch. Zehn Sekunden. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leeren. Locker atmen, schön halten. Und locker lassen. Absetzen. Macht einmal die Arme lang. Dann kurz durchmachen. Auf einen Tag. Unendlichkeit. Zieh die Arme wieder ran. Und mit dem Oberkörper kurz hoch. Ein Leben lang ohne Reue. Er kann ein Stückchen höher kommen. Das dürfte da ja ordentlich im Bauch mehr haben. Dann setzen wir uns nochmal nach hinten. Dann machen wir den Oberkörper schön lang. Jetzt nochmal entspannen. Und dann habt ihr es wieder geschafft. Dann machen wir noch einen Anrufswirker und dann sehen wir uns wieder.